Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Game of Thrones, das Telltale-Spiel Episode 1, Eisen und Eis, glaube ich, so hieß es. Ja, es ist für mich jetzt schon ein paar Tage her, Aufnahme, ich glaube, ihr habt doch ein, zwei Tage ohne Folge auskommen müssen, dafür entschuldige ich mich hier nochmal. Ja, und ihr würd sagen, wir müssen jetzt irgendjemanden empfangen, mehr weiß ich nicht mehr, aber wir werden schon sehen, was hier abgeht. Schauen wir mal. Ist, was, es macht no difference. Die Whitehills waren sicherlich in the wrong, so nicht zu ihm keine Satisfacke. Out da, ihr war decisive und firm. Jetzt machen wir es wieder mit diesen Bastards. Let's not do something rash. Things are bad genug, als es ist. Ich kann handle Lord Whitehill. Well said, mein Lord. Now ist nicht der Zeit, zu anger Lord Whitehill any mehr als er bereits ist. Er hat fünfmal so viele Männer, und die Backung von House Bolton. All die mehr reason zu standen für uns selbst. Nur cowards und deaden Menschen rollen über. Okay, showtime. Lord Ethan, ist es? Meine condolences für Ihre Vater und Bruder. The late Lord Forrester was no friend to me or my house, but to his family, it's still a loss. My only regret is, I wasn't there to drive the dagger into his heart myself. I've been waiting for this day all my life. The Forresters finally get their due. My father died a hero, fighting for the North against traitors and oathbreakers. Aye, and look where that got him. And no bread and salt! What kind of fucking house receives a Lord with no fucking bread and salt? You bloody amateur. No courtesies. I should have expected as much. Bloody Forresters. My apologies. Please forgive us. Forgive you? Not likely. You Forresters have shit on us for generations. Well, now the Starks are no longer around to have your back, are they? We're the power in the North now. Roose Bolton is the Warden of the North. Aye. And we've been his banner men for five fucking centuries. You cunt. Lord Ethan, you're losing control of this. That's enough, Lord Whitehill. I'm not finished. Maybe if you hadn't been so fucking greedy with the Ironwood, things would have been different between us. You squandered your share. Our share was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. What is it you want, Lord Whitehill? Your man, the squire, we were minding our own business, keeping the king's peace, as his lordship here said, when your man attacked us for no reason. Hear that? Attacked for no reason. Okay, das muss man jetzt abwägen, weil wenn man jetzt hier sagt, wenn man die erste Option nimmt, dann gesteht man ein, dass er hier war und uns das erzählt hat. That is not what happened. Ah, scheiße. Das ist eigentlich alles dasselbe, also von mir aus auch die Wahrheit zu sagen. No reason. You murdered his family. Then you admit, it was your man who killed my men. And a pig farmer at that. How do you answer for your squire, Lord Ethan? He acted in your name. And you are the Lord. Ah, scheiße. How do you answer for your... Ja, gegenfrage ist, glaube ich, hier eher die beste Idee, oder? Of this house? We lost people too, Lord Whitehill. Your men murdered his entire family. You lost pig farmers, not soldiers. The soldiers worth a hundred of their type. Where's the fucking coward who killed my men? I know he's here. What have you done with him? He was sent to the wall. Who the fuck sent him to the wall? Answer me. Who's the one who did it? You heard me. He was sent to the wall. It's done. What? That was my justice to deliver, boy. And you denied me of it. I'm not leaving until I have my justice. Now bring me the coward who did it, or you'll answer to Roose Bolton. What kind of fucking house is this? A house of honorable men. Lady Forrester? You bellow like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? I mean no disrespect to you, my lady. Considering your losses and all. But this... This is not over. It's over when my son says it is. Thank you for coming, Lord Whitehill. Ethan is Lord of Ironrath now. By rights, his word is law here. If that displeases you, then I trust you can find the door. That lad may be lord of this... House. But Lord Bolton will have the final say. I'll send him a raven, letting him know a Forrester man killed one of his own. That the new Lord Forrester lied to my face and denied me my justice. Then we'll see whose word is law. Wo haben wir ihn denn angelogen? Wo haben... Habe ich was verpasst? Wir haben ihn nicht angelogen. Wir haben gesagt... Wir haben nicht einmal gesagt wer. Wir haben nur gesagt, wo er hin ist. Und das... Wann haben wir gelogen? Okay, ich glaube, in dem Punkt lügt er. Also, Doppellüge. Gut, das verwirrt mich jetzt erst. Äh, win the right to you as you like, you're a craven. Hm. Schön nochmal ins Gesicht treiben. Do as you like, Lord Whitehill. Ja, ha. Am Arsch. Ja, und der. Der geht mir sowieso am Sack. Aber gut, dass nicht der Typ uns dann verarscht hat, den wir am Leben gelassen haben als Gerrit. Your son, my lady. He stood up to him like a true lord. Yeah. You were brave, my son. But you'll need to be braver still when Ramsay Snow arrives to see you bend the knee. Prepare a raven. We need to send word to Meera in King's Landing at once. Okay. Ah, spielen wir jetzt als die, oder was? Ja, tatsächlich. Your sister can help us. Although just a handmaiden, she has Marjorie Tyrell's face. And Lady Marjorie's Betrothal to the King may be enough to keep the Bolton's at bay. If it's presented to her as it should be. Okay, das hier sind also jetzt wir. Hm, gut. Und wo sind wir jetzt? Sind wir in unserem eigenen Raum oder in dem von Marjorie? Ich glaube, in unserem eigenen, weil ich meine, hier ist eine Kiste mit dem Eisenholz-Ironwood-Box. Ich kann nicht so gut übersetzen. Jetzt will ich schon Translaten sagen. Okay. Ja, wie gesagt, falls ihr Englisch eh nicht so gut versteht, ja, kann ich euch in dem Spiel leider auch nicht helfen. So, was ist hier drinnen? Ein Brief und eine Münze. Oder mehrere Münzen. Und... Okay. Okay. Highgarden-Broach. Junkish-Coin? Okay, was haben die Junkai hier damit zu tun? Ich hab keine Ahnung. Deswegen ist es interessant. Schauen wir es uns an. Oh, der wurde ja nach... Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Der wurde ja nach Essos, äh, nicht ausgesiedelt, sondern ausgestoßen. Ausgesiedelt, what the fuck. Okay, und das hier ist logisch, warum wir das haben. Es war sehr nett von Lady Marjorie, um das zu mir zu geben. Sie hat einmal zu Lady Elena geliehen. Okay. Bin gespannt, ob wir die auch sehen. Ich bilde mir ein, dass sie nicht eine von den Schauspielerinnen war, die ihre Stimme, den Charakteren hier geliehen haben, aber das heißt nichts. Unfinished Letter. Lesen wir ihn. Vater. Viel Erfolg hier in King's Landing für die kommende Wettbewerb. Lady Marjorie has proven to be quite popular throughout the city. I do wish you and mother could come. Although I know it would be impossible under the circumstances. I miss all of you. And I look forward to the day you can. Okay, das heißt, sie weiß scheinbar, dass... ... er tot ist. Und ihr Bruder? Und ihr ältester Bruder. So. Gut, was ist das hier? Ein Wärmebecken? Oder wie auch immer das heißt? Auf Deutsch? So ein Kohlebecken. Damit es halt warm ist. Und können wir damit noch was machen? Ne. Okay. Und das hier. Das ist die Old Tom and Schmöcker. Ein Alter. Oh, ein Window. Oh, Letter from Mother. Das hier ist, glaube ich, wichtig. Schauen wir uns trotzdem alles an. Ich hoffe ich... Oh, das ist ja nice. Ich hoffe, sie alle sehen. Das ist eine ganz schöne Aufgabe. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kenne die Bücher... Ich will nicht sagen fast auswendig, aber schon sehr gut. Und das sagt mir durchaus was. Die... Äh... Waren es neun oder sieben... ...menschlichen und natürlichen Wunder oder so in die Richtung? Ich weiß nicht. Okay, und jetzt schauen wir uns mal an, wie Telltale... ... entweder das Meer oder allgemein King's Landing hier erschaffen hat. ... und King's Landing. Ich wundere, ob es heute Sonja in Ironrath ist. Oder wir schauen nicht aus dem Fenster. Es ist auch gut. Enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Aber gut. Und das ist jetzt das, was... Ähm... Wie hieß die nochmal mit Vornamen? Ich weiß gar nicht, ob wir es schon haben. Auf jeden Fall, das ist hier das, was wir vorhin in der folgenden Szene gerade gesehen haben. Gehört haben. Erfahren haben. Es tut mir leid, dass ich das sogar gefragt habe. Aber du musst an Frau Marjorie antworten, um zu uns aufzunehmen. Sie ist unsere beste Hoffnung. Und kann ein körperlicher Alli sein. Es ist besonders jetzt, wenn deine Familie so sehr intensiv braucht, ihre Hilfe. Okay, und wer klopft da an meine Türe? Ich habe eine Ahnung, aber ich bin mir nicht sicher. Einen Moment. Oh, sorry, M'lady. Ich wollte dich nicht beschädigen. Ich kann später zurückkommen, wenn du möchtest. Hm, nein? Ich glaube, ich weiß, von wem der geschickt wurde. Oder ist es nur ein Diener. Das kann auch sein. Ich dachte, es wäre einer von Vargas. Ich glaube, es ist doch einer von Vargas' Vögelchen. Und unser Diener. Du arbeitest für Lady Marjorie? Ich bin vielleicht falsch. Aber es scheint, wie du es machst. Es ist großartig bekannt, dass ich für Lady Marjorie arbeite. Ich habe dich mit ihr vorher gesehen. Du siehst wie gute Freunde. Ich sah Lady Marjorie gerade heute Morgen, außer der Royal Septe. Sie sprechen mit Queen Cersei. Cersei? Sie sehen, dass sie eine Art des Ergleichen sind. Ich konnte nicht mehr hören, aber es war definitiv ein Argument. Was haben sie gesagt? Ich konnte nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass sie über die Starks und House Forrester sprechen. House Forrester? Ich hoffe, dass du nicht in any kind of trouble bist. Aber ich dachte, du solltest du wissen. Wir sind sicher in Schwierigkeiten. Wir stecken hundertprozentig in Schwierigkeiten, schätze ich mal. Aber vielleicht noch nicht. Lady Marjorie, du bist früh. Ich war hoping, dass es Zeit wäre, um uns zu sprechen. Komm, da ist etwas, was wir diskutieren müssen. Nice, der erste Typ, also die erste, äh, ja, halt die erste Person, die wir halt von der Serie wirklich kennen. Kann man das so sagen? Ja, gut. Besser kann ich es nicht formulieren. So, was geht jetzt hier ab? From the day you arrived in Highgarden, I thought of you more as a friend than as my handmaiden. A dear friend, in fact. Thank you, my lady. And you know how I feel about what's happened to your family. I feel your pain as if it were my own. What you've suffered is beyond imagining. And your poor family as well. You're very kind, my lady. Of course, Meera. But you must not despair. We will get through this together. You must understand there are limits to what I can say, especially here in King's Landing, now that I am to be queen. To have a handmaiden from the north whose family fought for Robb Stark, it raises questions at a time I can least afford. Cersei herself cornered me this morning outside the royal sept. She mentioned the northern girl in my service, and she painted you a traitor. She was very pleased with herself. Her face was full of mirth as she said it. How did you respond? I told her you are one of my most trusted handmaidens. That you can hardly be blamed for the actions of your father and brother. Nonetheless, she demands an audience. She wants an apology of some sort. For what, I don't know. But she's waiting for us now, and I promised I would bring you to her. I wouldn't ask this of you if it were not important. I cannot afford any conflict with Cersei with the wedding so near. What do I say? Find a way to appease her. Humor her. Tell her what she wants to hear. Okay. See if the Queen Regent is ready to receive us. You'll be fine. I know you will. You may feel one thing, but you must say another. Good luck. Okay. Viel Glück, das kann man brauchen. In einem Raum mit gleich drei TV-Charakteren. Ich fühle mich gerade irgendwie cool. Also, so ein bisschen. So ein bisschen strange cool. Wie man halt sich strange cool fühlt. Gut. Can we hang for Saturn? Ah, Lady Marjorie. Aren't you looking lovely this evening? Lord Tyrion. Your Grace? With your permission. Allow me to introduce Lady Mira of House Forrester. Yeah, Neil, how do I? Well, your Grace. Wir sollten, ja. The girl knows her courtesy. Impressive. You may rise. Wir sollten vor ihr betteln, quasi. House Forrester is a northern house loyal to the King. Are they? I beg your pardon, your Grace. I wasn't talking to you. I want to hear from the girl. Is your family loyal to the King? Perhaps you should ask the new Lord Forrester. He's not here, is he? She is. The girl can speak for her help. Scheiße. To the one true king. Ah, das ist alles so. Reserve King Joffrey ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich sie beruhigen wird. House Forrester's Loyalty to the Crown never wavers your Grace. Oder das, ja. I see. And yet. For centuries the Forrester's have been loyal Bannermen to House Stark. A house of traitors. Scheiße. Yes, Your Grace. They are traitors. The Starks were your liege lord, yet you name them traitors so easily. Clearly her loyalty wavers quite a lot. If she has any loyalty at all. Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Yes, Your Grace. Absolutely. I see. Despite the fact Roose Bolton allied with Walder Frey. If it was me, I'd find it difficult to so quickly forgive the men who killed my father. Old allegiances are not easily abandoned. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. I'm told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Forster Ironwood does seem rather unique. Yes, Your Grace. I see. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the war? Our dear Margaery here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? Ah, scheiße. Okay, dafür brauche ich kurz ein bisschen mehr, als das Spiel mir geben will. Ein bisschen mehr Zeit. She only fault her heart. I won't judge her. I'm sure she regrets it. Äh. I won't judge her ist, glaube ich, gut. Vielleicht. I won't judge her, Your Grace. I wasn't there. I didn't face her decisions. Aren't you a delightful girl? If only one could flip through life without ever holding an opinion of their own. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Loyalty can be such a hard thing to define. And if your Loyalty's were to become conflicted between your King and the very person whom you serve, what would you do then? I'm sure she would... Let the girl answer the question. Oh, fuck. Äh. I won't be in conflict. Ich glaube, wir sollten... Das war, glaube ich, gerade nicht gut, dass wir die Frage aus... Dass wir die Frage ausgewichen sind. Das ist, glaube ich, ihr gegenüber nicht gut. Betrug to the King oder I'm Loyalty Marjorie. Also, das Punkt, die Punkt, die Punkt, die wird auf jeden Fall falsch sein, aber... Ah, das ist so schwer. Mit Leuten zu Marjorie. Ah, dammit. Okay, die Sache ist, wir sind mehr mit ihr in Kontakt, also... Ach, scheiße. Okay, ich nehme jetzt einfach Marjorie, oder? Go on. Bitte lass das richtig sein. I must choose Marjorie, Your Grace. I serve at her pleasure. Clearly your handmaiden does not have her priority straight. Was? Nein. Oh shit, wir haben alles falsch gemacht. Oder? Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Aber ich hatte dein Vater, aber ich hatte dein Vater, der Tawny in Lannisport. Even dann, er hat er nicht verletzt, Ruse Bolton. Wir sprachen nur kurz, aber dein Vater struck mich als ein honorable Mann. Ja... Ja... Ja, ist eh klar, gut, okay, aber wobei, hm, ja gut, nee, so mitten in der Konversation möchte ich dann doch nicht abbrechen, aber I don't like Cersei, ich glaub, wobei ihm das zu sagen, wäre vielleicht gar nicht so blöd. I did it for Lady Marjorie. Hm... But certainly wasn't what Cersei was expecting. I did it for Lady Marjorie. As you should. And of course she has your best interests at heart. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our amusements where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the Master of Coin who decides such matters. The Crown needs boats. Boats need wood, and I speak for the Crown in this regard. Uh, you could help my family. I don't want to anger Cersei. What are you suggesting, yeah? Not her. What are you suggesting? I suppose the Crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance. And it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? Ah, damn it. It may be far too dangerous. In fact, forget I even suggested such a thing. I'm sorry, Lord Tyrion. But it's a risk I cannot afford. I admire your discretion. Now, if you'll excuse me, I promised Sansa I would join her for dinner tonight. Three beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. The mere thought of them makes me thirsty already. I hope we meet again. Nothing would make Cersei happier. Until then, be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Okay. Ja, und das war... Ich weiß nicht, ob das schon alles aus King's Landing war. War es scheinbar nicht. Aber ich würde sagen, ich muss hier erstmal eine Pause machen. Also, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe irgendwie eher das Gefühl, dass ich alles verscheiße, als dass ich irgendwas gut mache. Nur, dass am Anfang also, dass wir gegen Lord Whitehill, ähm, unseren Mann gestanden sind. Das fand ich gut. Aber das wird uns wahrscheinlich auch noch richtig heftig Konsequenzen einbrocken. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder bei Telltale's Game of Thrones. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.